Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf Woogie Technik mit Guts and Glowy nochmal und wir spielen weiter. Dritter Teil. Ja, diesmal fang ich an. Nein, du hast das letzte Mal auch gehört. Ja und? Dafür hast du das letzte Mal angefangen. So, Meat Grinder, das ist hart. Ja, da geht's nicht. So, fangen wir an. Also ich fand irgendwie das am einfachsten, einfach geradeaus zu fahren. Das war so, finde ich, easy. Easy as shit, the guy. Aha, that's my shit. Ach, bestimmt, weil die meisten denken, dass wir ein Gas geben. Ja, genau. Oh, jetzt macht das beim ersten Mal. Ich glaube, das ist nicht. Oh, da war noch ein Typ. Oh nein. Nee, bei dir funktioniert das nicht. Ihr wettet auch, dass bei mir. Oh, da macht das. Da macht das einfach geradeaus. Ja, ja, einfach bannern. Da macht das. Ey, du musst nur Gas geben, ne? Bebisch und auch. Was? Oh, ja. Einfach nur Gas geben. Oh, ich kann das, ich kann das beenden, ich kann das beenden. Ja. Okay, das war, also, ich finde, Snowmose sah das echt gut aus. Hier fährt ohne, kommt weiter. Low wider. Guck mal, dein Fahrrad ist fertig. Wenn wir dann nicht anziehen. Wow. Ey, wir haben fast geschafft. Oh, es ist echt brutal. Ich weiß gar nicht, ob man da richtig Gas geben muss, oder? Du bist ohne Bein reingekommen. Oh, du hast, glaube ich, deinem Kind das Bein abgeschnitten. Ein menschliches Bein. Oh, du hast mir die Müsse auf. Oh, du bist so brutal. So, nächster Track. So, jetzt wird es natürlich auch noch ein bisschen, ne? Also, Meat Grinder, Happy Bear, ne, das klingt ja lernweilig. Difficult. None. Very easy. Easy, medium, medium. Live and learn. Hardwood. Das ist harte Holz. Wir können kein Auto nehmen. Warum können wir kein Auto nehmen? Weil wir keine Familie sind. Okay. Lino, die Bierflasche haben. Ja, ich weiß. Ach, das ist das, was er heute im Spielabend gemacht hat. Ja, stimmt. Ja, wir haben das Ganze nämlich von DwayGalz, das ist ein englischer YouTuber. Und das war ganz lustig. Genau, da wurde er auch abgeschaut. Genau, so wie hier am Anfang. Nämlich, dass man lange kippet, nämlich. Man darf immer so nur die Kassen antypen. Der macht das echt nicht reinwollen. Yo. Genauso wie der. Wurde es mal auf einen Reifen kaputt, ne? Ja. Ich glaube, das ist mit mir. Eiratantrieb, das muss noch gehen. Der blutet. Sechseinhalbstunden später. 2.000 Jahre später. Der Zorn. So war da geht's. Jetzt versuchen wir das mal. Mit so richtig viel Engagement und Tempo. Oder so. Diebe. Gas. Gas, gas, gas. So läuft das nicht. Okay. Joa. Also, so kann man natürlich auch einen Stopping machen. Oh, oh. Oh. Wie hat er das gesehen, dass ich gleich da bin? Warum ging das? Warum ging das? Weil ich da sind. Oh. Wie hat er das? Nein. Aber die kann ich nicht schaffen. Dann checkt man es auch. Irgendwann später. Das bringt doch auch nichts mehr. Jo. Nein. Jetzt kommen wir wieder den Berg nicht hoch. 3.000 Jahre später. Nehme ich so auseinander. Aber das Erste habe ich gut gemacht. Ja, okay. Das Erste. Speed is the key steht da. Und dann nachher bestimmen wir gar nichts mehr. Ja. Und dann auch immer Ganon. Ja. Ich bin wieder ein Stehengebirge. Hätten wir jetzt besser. Oh. So kann man es auch machen. Ich bin der Gegenteil. Awesome. Das wollte ich machen. Das wollte ich schon immer mal machen. Ey, mit so einem Speed durch Bäume fahren. 400 Meter. Dann kommen die Kanonen. Ja. Oh. Aber ich meisterge die Kanonen. Weil ich war da ja noch nicht. Ich konnte das ja noch nicht versuchen. Weiß ich. Le? Die Zuschauer. Du nicht. Ja. Oh. Oh. Was ist das denn? Speed. Nein. Da war Speed. Nein. 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 Ach. Das kann man helfen. Das kann man schaffen. Klar. Muss so gut sein. Ja. Ich bin in der Kiste drin. Was ist das? Ich bin in der Kiste drin. Ich bin in der Kiste drin. So. Ein Level machen wir noch. Jo. Ganz unten. So. Ganz unten. Das letzte. The Great. Oh God. Wage Phase. Difficult. Log rolling. Vielleicht kann man ja die Familie fahren. Nein. egal wie nehmen wir das soll das das wird bestimmt lustig aber musste so ach du scheiße es ist schwer das ist schwer das ist richtig schwer man kann einfach rückwärts fahren schwer eigentlich finde ich das gar nicht so schwer du musst einfach rollen dazu ja mein baseball schläger nein Nein! Oh, 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 oh! Ja! Ja, Mann! Oh, was denn? Alter, hier wirst du ja noch umbalanzen. Sieht man auch echt schwer. Ja, genau so wollte ich es machen. Schon wieder! Gas geben ist gelösen. Ähm. Oh! Nein! Oh, wie habe ich das gemacht? Oh! Oh, oh, oh! Ja, ja. Oh! Oh! Oh, oh, oh! Ja! Ja! Oh! Oh! Oh, darn. Ich weiß nicht, die Sägen, die stören mich gar nicht so. Das ist nur das, was... Das kann jetzt nicht sein, das kann jetzt nicht sein. Das darf nicht wahr sein. So, nein, ich werde erst mal die Lage checken. Leute, guck mal von oben auf, wenn ich springe, muss ich... Ja, warte, da geht er. Ja, los spielen. Beide. Wie geht das lieber gerade aus? Da hinten kommt vielleicht so eine Peule, ne? Wo? Äh, hinten? Nee, die ist oben drauf. Oh nein, nein. Hier kann der Sägen. So, gehen wir hin. Ich denke, ob er jetzt hier schon war, oder? Nein! Wo? Das war nicht knapp. Das war sehr. Das war auch nicht knapp. Nein. Das kann sich weg sein. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Oh nein! Oh nein! Nein! Ey, das ist mein Nächstes. Was ist das denn? Wie hab ich das gemacht? Oh krass. Das Lenkrad, der Lenkrad. Aber die Steuerung nicht. Oh Mann. Zu knapp. Noch 109 Meter. Ey, das ist einfach diese Stelle, ne? So, auch nochmal für die Zuschauer, diese Stelle. Das ist einfach... Man denkt, man hat es geschafft und dann kommt diese zwei schönen Scheißteile. Oh, ich mach's bitten. Oh! 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 Weißt du, du kriegst Spagas, Mannes? Übel. Putz! Oh, was ist bei der? Oh Scheiß, wie geil! Nö, ey. Okay, jetzt kommt noch diese Magenkirose und dann... Hä? Mach das. Ich mach das. Ich hab dir das mal aufgefallen. Ja, das hab ich schon jetzt aufgenommen. Nein. Nichts, nichts. Pack mich vor. Nichts, nichts vor. Oh, da kommt gleich noch ein bisschen drauf. Ja. Ich glaube, wenn man zu viel geht, nicht zu viel geht. Nein, ich hab dich immer noch nicht. Ja. Komm mir schaffst du nicht. Come on, come on. Tatsächlich. Blah, ich noch nicht? Okay. Log. Log ist key. Oh nice! Wo ist das? Ah, da durch! Ah, ok! Weißer, rechts, rechts! Da ist kein... Nein! Da ist das Ziel! Oh nein! Aber dieses Mittel, das sieht schön aus! Oh! Dieses Level! 40 Minuten haben wir nicht gelungen! Am Ende wurde es noch mal richtig cool! Aber diese eine Stelle war einfach... Blöde! So, in 2 Minuten haben wir 30 geschafft! Also, ne mehr oder weniger! Das war es dann auch mit dem Spiel! Ja, wir sind jetzt soweit einmal durch! Und haben jetzt das schwerste Level, glaube ich, so mitgemacht! Hm... Wer euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da! Und wer das noch nicht kennt, dann ein Abo! Genau, das Spiel auch als Unterstützer-Pack! Das heißt, ihr könnt dort spenden! Ja, genau! Und bekommt dann besondere Sachen! Ja, genau! Also, das ist jetzt wahrscheinlich auch dieses Auto und so! Das ist nämlich so ein Kickstarter! Wie gesagt, das ist halt noch in der Alpha! Und das ist jetzt nur so eine Demo-Version gewesen! Und... Ja! Ich würde sagen, wir sehen uns wieder! In einem anderen Video! Genau! Ciao! 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 Ciao!